Das kriegst du alles bei mir nie zu hören. Ich lebe nach der Devise, geht nicht, gibt es nicht. Und alles, was du dir vorstellst, versuche ich natürlich bestmöglich umzusetzen. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die sind technisch nicht möglich. Aber ich werde wirklich meine ganze Kraft dahinter setzen, dass du dein Projekt genauso bekommst, wie du es dir vorstellst.